Was siehst du? Ich bin noch beim Baum. Bei dem haben wir dort einen Schmied beim Baum, dann brauche ich da nicht wieder zurück rein. Außerdem, ich hätte gerne einmal in den Dungeon da reingeschaut, ob wir da reingekommen, der was neben dem Baum ist. Ja, ja, macht Redou auch. Ich weiß nicht, ob du für das irgendetwas brauchst, oder ob wir da einfach reingeknollen können. Und wo anderen werden wir wahrscheinlich einfach sterben da dran. Ja, der Werner ist live. Schau her. Ich bin auch richtig gegangen, dass du jetzt live bist, ja. Das habe ich gekriegt, ja. 3 1 Ich sehe gerade gekauft. Genau. Aha, okay. Das heißt, ihr werdet viel fame, oder was? Oder so. sehr gut wird muss man wieder mehr wird aber jetzt kann gut geht der zeigt nichts bist du müde ganz leicht der kommt direkt zu mir super schauen wir mal ob wir da reinkommen ich habe es damit draufklickt drücken wir klicken wir da drauf auf das loch vor dir das war leicht ich bin direkt drauf gestanden ich habe nämlich keine ahnung was das ist loshaften altar untersuchen wahrscheinlich ist das unser absoluter untergang aber wir können es ja trotzdem machen auch glaube ich irgendwas damit der knochensturm der tut nämlich schon ordentlich schief weg aber da dauert heute minuten bist du wieder einsatzbereit also hast du gar kein schnitter mehr oder naja ich habe es einfach noch ein ding okay mir fällt eine bebeende hand aber ich kann das schwören ja sehr gut jetzt gehen wir runter einfach rum mit raus ja mach weiter so egal was du tust mach weiter das funktioniert und lass dich nicht erwischen naja hoch her vom pragma krönt nieder ja ja ich habe mir eine frage für ein paar sekunden so ja den hat aber zufetzt so was habe ich es gekriegt was bringt das blut woge war nix aber von dem kriegst hast du auch geh einmal auf die waffen ich habe es gerade tauscht was hat denn die jetzt gehen wir ein bisschen runter habe ich habe ich dunkelfertigkeiten also äh dunkelfertigkeiten und der kühlen gegen ja ich hätte es gerade tauscht ist die besser noch als wie ja ja dann was wartest du denn dann eh du hast sogar du hast sogar drei von diese vier äh Smaragde die da hau rein die waren gleich bereit gell mhm 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 haben wir noch was na aber die wolle Die waren nicht schlecht einmal. Mhm. Das können wir, wenn wir da mehr so Sachen haben, so Materialien, kannst du den immer wieder machen und kriegst jedes Mal wieder irgendeinen geilen Scheiß. Wirklich? Ja. Du gehst jetzt im Endeffekt, du verlässt den Dungeon, genau. Und dann machst du es einfach noch einmal. Können wir probieren, weil ich habe mir gesagt, mir fehlt die Hand. Was war das für Hand? Ich weiß nicht, irgendeine geschissene Hand. Ich habe keine Ahnung. Was? Habe ich das jetzt laut gesagt? Nein. Okay. Gut. Passt. Ich habe den entgurgelnden Kopf und irgendeinen Knochen. Einen geschwärzten Kopf. Was ist denn da längs aus überhaupt? Also du bist schon wieder reingegangen, oder? Warte mal. Ich komme, ich komme. Ich komme, ich komme. Warte mal, ist mir selber kurz. Achso, nein, nein. Ich glaube, wir müssen neu starten oder so. Wie? Oder sonst gehen wir noch einmal. Die gehen wir längs, oder? Auch da sind ein paar Gegner. Vielleicht kann man den öfters starten. Vielleicht kann man den öfters starten. Also, aber ich glaube fast, dass wir da einen neuen, also quasi das Spiel verlassen und das Spiel wieder einsteigen müssen. Ah, ich glaube, da kommt... Obwohl, nein. Nein, da müssen wir. Genau. Also, tut gut. Aber cool, dass das funktioniert hat. Wo ist denn der Schmied? Jetzt nochmal schauen und gehen wir mal, wie wir die aufrüsten. Nein, okay. Ich weiß nicht, ob du die aufrüsten kannst. Doch, nochmal. Die... Achso, okay. Okay. Ja, schau. Das Spiel war viermal. Was schau, jetzt soll ich den Angriff stecken 6200. Da wären ich vorher 4.000 gewinnt. Nicht einmal. Boah. So, jetzt bin ich gerade einmal überlegen. Ich bin... Ich bin am überlegen. Lass mich kurz einmal. Lass mich kurz einmal. Lass mich kurz einmal. Ah... Die schaut schon heftig aus, ja? Die ist... Die schaut echt heftig aus. Was... Also... Ah... Das kostet Essenz, der Scheiß. Die Schmiede ist immer heiß. Und es was? Statt was nehmen wir den? Was war das jetzt für spezieller Dungeon? Wie hat denn die ausgeschaut? Oder... Ah... Das ist einfach so... Der... Das ist für die Season... Ist das ja irgendein Dungeon, den was du machen kannst. Für was benötigt ihr das Albtraum-Siegel? Das ist für die Albtraum-Dungeon. Ah... Okay. Ja, brauche ich Siegel. Ja, genau. Den Siegel tust du quasi dann aktivieren und dann kommst du zu dem Dungeon. Okay. Dramatische Musik So, was machen wir jetzt? Was hat der Fred? Ich schau gerade. Ja, sonst wollen wir so einen Albtraum-Tungeon machen. Ja. Ja. So, ich anstarten. Ich kann auch warten, wie ist das gegangen. Da, gell? Ich hab so viel mehr in, wenn da geht's schon fast. Ah gut, eins auch. Einfach genau, einfach den rechte Maustasten drücken. Und dann annehmen. Und dann drücke ich auch annehmen. Jawoll! Und dann drücken wir auf Tab und Tabulator. Und da weiss ich hin. Genau, klickst da hin. Und dann... Auf los geht's los. Sonst sind wir schon drinnen. Dann... Gehen wir unser Bestes. Bin ich da schon drinnen? Ja, bin ich schon drinnen. Ich bin drinnen. Ruf mich an. Ruf mich auf meine Hände an. Hab sociedade. concentrated zu sein. Ich wache. руд die gefangenen befreien wieder ja Ja ja, voll concentrated, wirst du nur da, naa, also da rasten sie. Ihr seid ein Heiliger. Du bist so heilig. Ja, hör mal gut, du. So, das brauchen wir jetzt, das müssen wir da abführen, ok? Fallzange. Was liegt denn da noch so viel in einem Daumen? Ja, da habe ich es liegen haben lassen. Bei lauter Aktion zuerst alles übersehen. Achso. Super, bei Aktion, ich habe jetzt nämlich gerade noch ein paar Gegner gezählt. Jawohl. Ich sehe, dass du schon weg bist. Jetzt leg dich da herum ein paar. Ja, schau. Ich lieg schon wieder mit. Ich lag das noch nicht. Now, es ist kein Weg. Du hast ja keine Lieblingsscape. Das ist já nicht. Ich weiß nicht. Nichts. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, dass ich es gegen die Jungen abwirkt. Ich fühle mich gleich und befreue. Ja, ich fühle mich. Es geht hin weiter. Das war ja nur der Anfang. Hallo. Drei Blut-Obelisken zu stören. Ja, super. So hast du ein neues Auto. Hast du einen erwischt, oder? Was? Nein, aber ich habe gerade 20 Gegner gepflegt oder so. Ach so. Ja, das ist gut da. Ah, da ist noch einer. Da ist noch nicht erhit. Ja, hier kann ich nicht geben. Du machst schon wieder Gegner ohne mich kaputt. Auch voll im Gemetzel dran. Mit in drei Stunden oder drei. Stief ihn! Stief ihn! Was? Stief ihn? Neue Schuhe. Die haben so geglänzt. Muss ich nachher mal nachschauen. Ich kann mein Eis gar nicht mehr zusammen. Ja, ich weiß nicht mehr. Ich weiß nicht mehr. Na! Was? 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 Meine Taschen sind voll. Hä? Was ist das denn? Er schreibt, meine Taschen sind voll. Schau mal, ich hab nur... Oder ist das was? Nein, nein. Das ist ein Albtraum-Siegel. Ah! Das ist sowas da. Könnte ich was da nicht haben. Ja, kannst. Nein! Nein! Warte einmal. Hast du irgendwo einen Trank? Der zweite Trank oder der erste Trank? Nimm den einfach. Das ist nur ein Stück. Du kriegst eine Fahrerungspunkte und kannst wieder was kaufen. Wo ist das Ding? Jetzt ist der weg. Nein! Nein! Da kommt mein Alt! Ah! Da ist's! Servus! Wo geht's da weiter? Servus! Ah da oben! So! Vollgämlich unerfällig. Oh shit! Komm, jetzt ist einmal gescheiter Gegner. Endlich! Ja, ja. Ja, ja. Ich brauche mehr Salz. Und für was steht, für was ist das jetzt gestanden? Was? Warte mal. Du musst nur einen Trank verbrauchen. Ja. Verzupfen wir uns. Ja. Für was ist was gestanden? Was? Du hast gesagt, für was ist das jetzt gestanden? Ja, unter meiner Waffe ist irgendein Ding gestanden, so ein... Bonus. So. So, ich geh wieder mal in irgendeine Stadt zurück. Da geh in die nächste, oder? Warte, wir müssen mal kurz zurück schreiben. Ja. Bist schon. Ja, ich glaube, wir haben jetzt hier geschrieben, halt schon. Wieso nicht? Auf der Schreie. Auf der Schreie. Da es sind. Vielen Dank. So, ich glaube, ich muss einmal kurz nebenbei irgendein Bild aufmachen. So, ich bin wieder voll bereit. Brett. Brett. So, ich bin wieder bereit. Das ist komisch. Ich habe nichts. Da gibt es die ganzen Dinge in dem Bild. Das bist du eigentlich. Was? Also, da bist du. Ah, passt. Dann komme ich zu dir schnell. Dann Schamid. Ja, ich habe die Hafenstadt auf der rechten Seite genommen gehabt. Okay, aber einfach Tee drückt. Tee und du. Tee wie Tee und du. Wo ist denn da Schamid, Tanten? Mit dir geht es um ... Das ist alles. Bist du aber nicht mehr beim Schmied. Na, wenn noch ein Stück geht auch noch gegangen. Da bin ich. Servus. Servus. Ich schaue kurz einmal so die kuriosen Tätten rauf. Achso, hast du so viele Dinge schon wieder da? Oboluschen oder was? Schaue ich das nur beim kuriosen Tättenhändler, oder? Du musst mir selber kurz überlegen, was ist denn da? Achso, das siehst du da unten. Das ist in der Mitte. Rechts unten in dein Inventar siehst du das auch. Inventar? Ah, da oder? Ja, genau. Na! Ist da was derer sei? Nein. Das wäre ein Schwert. Was ist denn das? Hm. So. Hast du nur Scheiß gekriegt? Das ist zu teuer. Du Scheiß. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht verschrot dich nicht einmal. Jetzt hast du einfach da nicht, oder? Ja, also mit dem Dreck. Was mach ich? Mach ich auch was. Krieg ich eigentlich schon mehr Zaubertrank? Wie viel hast denn du? Acht, oder? Zehn. Was? Zehn. Zehn. Kann ich schon haben, ja. Wieso? Weil ich gut bin. Haha. Nein. Nein, das ist mit... Wie gesagt, durch das... Durch die Sachen, was du gerade angeschaut hast. Habe ich sicher schon was dazu gekriegt. Und... Ich muss mich grad schauen. Habe ich irgendwas aus... Bist du Heildrank? Achso, du hast den 60er an. Du bist beim 45er dann, oder? Ich bin beim 45er, ja. In 60er führen wir noch vier Levels. Habe eigentlich alles... Boah, hat eigentlich nur noch Stufe 70. Mhm. Achso, dann jetzt. Ja. Was machen wir denn dann in unserer Angst, hä? Dann machen wir noch einen... Ja, weder so viel. Machst du einen Albtraum-Tungeon machen? Mach... Willst du einen machen? Sicher. Mach, mach. Gehen wir. Gehen wir. Vielleicht kriegen wir irgendwas. Außer Vorangspunkte. Wir könnten dann nochmal... zum Baum reisen. Glaubst du, geht das nochmal? Ja, dann müssen wir zuerst aus dem Spiel aussteigen und wieder einsteigen. Und wieder ganz aussteigen? Bis zum Desktop, oder? Nein, nein, nein. Nur, dass du wieder ins Auswahlmenü kommst. Das ist einfach, dass die Welt resettet. Können wir probieren. Aber wenn es da solche super Sachen gibt. Ja. Aber ob es die jedes Mal gibt, hä? Ja, eigentlich glaub ich schon. Ich will mir jetzt nicht komplett drauf festlegen, aber ich glaub schon, ja. Ich fühl mich halt, dass ich sowas in die Richtung mehr gehört hab, wie beim Jesse zuerst halt. Dass er halt... Da macht er halt dann... Ich meine, interessant wird's natürlich dann, wenn's... äh... wenn's dann schon... Level 100 unterwegs bist, oder so in die Richtung. Weil dann... Uh, was ist da? Barrikaden zerstört. Äh... Ja, dann... Dann... Dann bringt's halt auch was, weil das dann auch komplett ausgemächste vom Level, die... 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 Anömer Allah ist gar nicht der rein. Ich brauch mehr Zeit. Okay. Das war's. Na doch, ich bin jetzt noch mal zurückgerannt, weil ich grad so im Flow war. Hallo, Kollege. Ich hab's dir lasst es liegen. Jetzt haben wir Kollege. Und wenn's grad so da hingehen, weißt du? Na, schau, was du meinst. Das ist jetzt. Das war deine Gier. Wenn nicht gierig. Nein, gar nicht. Gierig noch Gegner. Ja, mich erwischt da auch. Weil wir denken, da haben wir's fallen lassen. Aber dann zerreißen seine Hand nochmal. Was ist das? Hebel. Ja genau, du musst den Hebel hebeln. Ah, schön. Und irgendwo ist noch ein zweiter da. So. So. Na. Nicht gut hoffen. Das lass ich dir mal vor. Das lass ich mir vor, ja. Immer auf die Schwachen. Immer auf die... Auf die kleinen Dicken. Hey, bin ich klein. Ohi. Hehehe. 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 Außerdem ist das so ein Sprechhut. Hehehehe. 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 Ich hab jetzt nichts mit uns zuerst da. He. Natürlich nicht. Hehehehe. puòaa. Du gehste jetzt hier ordentlichrand. Jaja! Passt ja. Ja, rein! Votrin hab ich drin. Ja, wir mal. Ich brauche mehr Zeit. Alles gut? Servus, ich bin jetzt wieder da. Ich war nie weg. Ich habe nicht gesehen, dass du noch viel mitgefützt hast. Multitasking, Werner. Was? Da liegt ein Sterntal, da muss ich noch mal rauf, wo du jetzt gerade warst. Hast du bloß liegen gelassen, gell? Ja, du hast bloß liegen gelassen für mich. Nein. Ja, doch, doch. Da war ja noch gar ein verladeter Gear. Ja, da war ja. Schau. Ah, das war's. Was? Schaut dies, was sieht es da? Steht bei mir. Ah, ok. Du hast da 102.000 Erfahrungspunkte gekriegt und da Gold. Das kann ich nicht. Die Erfahrungspunkte bringen vom Ranking der Waffe oder vom Komplettpaket auch was oder nicht? Das ist die Erfahrungspunkte die du kriegst. Das ist das was du unten den Balken länger machen lässt. Wo es Level 66 steht. Ah, ok. Es ist aber schnell gegangen. Mit dem habe ich es echt nicht gerechnet. Ok, er aussieht da. Aus und zurück in die Stadt. Hast du die Rune ausgerüstet? Ja, ja. Ich bin gerade noch dabei. Ich weiß es nicht, weil du schon zwei leichten hast. Ich war nicht ganz sicher. Was habe ich? Du hast schon zwei Rune mit einem roten... Ja, beim zweiten... Siehst du? Warte mal. Ah, da in der Mitte? Ja. Ah, da in der Mitte? Ah, siehst du schon. Die zweite. Siehst du schon, ja. So, ich habe glaube ich einen Paragon Punkt zu vergeben. Yeah, einen. Super. So, wenn wir kurz einmal eine Penkelpause machen. Hashtag Schrägstrich Rauchpause. Können wir machen, weil ich brauche eh was zum Trinken auch. Ja. Dann eine ganze frische Luftshot sicher nicht. Passt. Machen wir es so. Dann sind wir in ca. 5 bis 10 Minuten wieder da. Perfekt. Jawohl. Teams. Bis gleich. Teams. kommt weiter. Los geht's. think about. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Okay. 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 See you. See you. See you. Ah. Zero. Hahaha. Was ist der Weiner? Wird der Bus auf da oder sowas? Nein, wir konnten das Spiel kurz verlassen. Das konnten wir probieren, ja. Was? Ich verlasse das Spiel. Ich auch. Boah. Ist doch nicht schlecht, dass er... Schnelltick. So. Starten wir mal. Äh. So. Lass mich du wieder her? Mhm. Und du bist noch nicht da, oder? Ja, jetzt bin ich da. Jetzt. Annehmen. Yes. Okay. Da sind wir schon. Perfekt. Das heisst, zum Baum oder was? Ja. Ich sehe schon wieder da. Bin ich gespannt. Ja. 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 Äh. Äh. Die rennen sie ein bisschen schneller ab über mir. Was meinst du von... ... ... ... ... ... ... ... ... So. Komm schon, warte. Ja, ja. 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 Es hat bei mir auch ein bisschen dauert. Auf geht's. Ja. Jetzt ist nämlich ja wieder der Schotten. Mhm. Ja. 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 Auf geht's. Ja, schauen wir mal. Ja, super. Ja. Ja, das war immer so, was wir decir. Ja, es war's weiter, okay? Ja. Ja, ja. Ja, das war's, was wir da. Ja, das war's, was wir da. Ich habe das selbe Sensen gekriegt wie du. Wirklich? Ja. Cool. So. Passt. Raus. Auf in den Start. Die braucht unbedingt zwei Sockel. Zwei Sockel? Hat die die nicht gehabt bei dir? Nein, das ist ein Zufall. Ah, okay. Das ist ein Zufall. Das ist ein Zufall. Das ist ein Zufall. Das ist ein Zufall. Und ein paar Standtl sollte man zusammenbauen. Ein paar bessere. So, wo ist denn der Juwel Johnny da unten? Das ist ein Zufall, ich habe schon. Es ist eine Zufall. Ich habe schon. Schau mal das an, was ich ausgerüstet habe. Und was ich gekriegt habe. Das ist aber ein anderer, oder? Weil der sich von der Gegenstand macht zu viel Hecher. Ja, das kann er sein. Und bei einem schwächt man natürlich, dass du 50 und du 60. Mhm, genau. Und das ist das, was der Unterschied ist. Mhm, aber der ist bei einem anderen schwächer. Wenn eine Kernfertigkeit mindestens vier Gegner trifft. Ach so, das kann sein, dass durch das Aufrüsten noch besser wird. Oder durch. Das kommt, du. Da kommt das, was das probieren, ja. Ja, jetzt ist er für den Schädel schon 35 gegangen. Mhm. Ah, das war da oben. Ah, das ist in der Trüstung. Das ist eh der Wälder, der was 30 hat. Ja, genau. Ah, bitte Ehre. Ah, bitte Ehre. Nein. Nein. Ah, das tut nie. Wo ist denn da ein Tepp oder was? Wo ist denn da ein Tepp oder was? Wo ist denn da ein Tepp oder was? Wo ist denn da eine Tepp oder was? Wo ist denn da eine Tepp oder was? Wo ist denn da? Ich habe jetzt gerade instant mit dem, dass ich mir die Waffen angelegt habe, 1500 Schaden mehr gekriegt. Das ist gut. Das ist schädlich. Das zeigt sich aus, oder? Das ist Mokatabu, ja. Das ist Mokatabu, ja. Das war doch. Ich brauche ja einen. Juwelenmann. Juwelenfrau. Ja, wo ist der? Er hat auch einen Fischerechter. Perfekt. Perfekt. Boah, oder? Ja, naja, tut hier. Das ist so blöde. Jaa, das ist halt Ist halt wirklich die Frage, ob das denn besser ist Ich nutze den Blutnippel nicht, warte mal Achso Nein, also von den Punkten her passt es da gescheit runter, wenn ich das anwende Das war's, aber das Ding ist eh nicht schlecht Da bin ich schon zufrieden Haben wir nicht andere Sachen am Markt Das sieht abgenutzt aus, ich kann es reparieren Weg mit dem ganzen Shit Ich kann das verteilen So, ich brauch irgendwo Ich muss irgendwo die Weißt du mit dem ganzen Geld? Wieso, wie viel hast du das? 18 Millionen Ist das viel, ist das weg Das ist eigentlich Ich bin in Diablo 3 Verhältnisse gewohnt Da habe ich noch 20 Milliarden gehabt So, was reißen wir? Warte mal, ich muss kurz was schauen Ich muss kurz was finden Oh, gar nicht wegkriegen Müsst du aufhören, oder? Nein Nein, gerade ja nicht Außer, wie das zu richtig macht Dann kann es sein, dass wir aufhören müssen Ich brauch irgendwas Was bastelst du denn da schon wieder zusammen? Ich bastelte dabei noch gar nichts Ich sage, ich suche gerade Ich suche gerade einen Dungeon Ob es den gibt Ich habe jetzt bei meinen Waffen Was drin gehabt Was ich eigentlich für Für den Bild brauch Das ist nämlich Das ist nämlich Dass der Knochensturm Eine Dunkelfertigkeit ist Weil das ist ja dann Das werkt dann irgendwie miteinander Dass du dann einen Bonus kriegst Oder so Okay Das Problem ist Den habe ich schon eingeprägt Also warte mal Ich habe ihn in irgendeiner Kiste Lass mich schnell schauen Und ich hätte es geschaut Ob es irgendeinen Dungeon gibt Wo du das Ding fändst Für eben genau Deinen Für den Kodex Wie ich weiß Ob das besser ist Oder nicht Zum Beispiel bei dem Ich habe da noch Einen Aspekt gehabt Von dem Inventar Wenn ich den da einherziehe Kann ich das auf den anwenden Ja Ja, aber das Problem ist Was hat der jetzt gerade Was hat denn das Das heißt Denk jetzt gerade Nein, das ist egal Was hast du denn da für ein Was tust du denn der Lass mich mal schauen Also jetzt hast du versucht Pro Sekunde Okay, und was darfst du da reinhauen Nein, also Auf was schaust du da explizit Auf das Orange, was unten steht Da geht es nur um das Orange, was unten steht Ja, aber da habe ich keinen Vergleich Oder Punkt Ja, nicht Schau her Wenn ich das gehe Auf den Obern nochmal Von dem Jetzt hat er Verursacht pro Sekunde Die er stillsteht 7,5% mehr Schaden Das ist das Was er jetzt drinnen hat Wenn du jetzt das Ding Einprägst Dann hat er das Was da entsteht Jedes Mal Wenn ich eine Blutfertigkeit Überwältig Du hast keine Blutfertigkeit Die was du verwandest Also bringt dir das Genau gar nichts Okay Nicht gut Ja ich muss einmal probieren Ob das was Was ich da jetzt gerade habe Was bringt oder nicht Also das mein Golem Was macht meine Waffen jetzt Genau Dunkelfertigkeiten Und der Kühlen Und das ist nämlich genau das Meine Waffen Arbeite jetzt mit Dunkelfertigkeiten zusammen Und der Knochensturm Da ist jetzt aber Keine Dunkelfertigkeit mehr Und das ist irgendwie Irgendwie muss ich das Wieder daher zahlen Irgendwo Das kann ich hier nicht tun Aber ich hätte jetzt Noch keinen Dungeon gefunden Ich wollte doch letztens mal Was in den Jet Einschmeißen Warte mal Da gibt es nämlich Diese Karte Die interaktive Map Wo du eben Die ganzen Dungeons siehst Und die ganzen Anderen Sachen Da kannst du halt Nach der Reihe Ausblenden Ich habe das gerade In den Chat Da kannst du dann Nach der Reihe Ausblenden Was du halt sehen willst Oder nicht Hide all Und dann So So warte mal Show all Hide all Son 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 Super, ich habe zwar die Dungeons, aber ich kann nicht noch spezielle Dungeons suchen. Mir wurscht. Nütze ich kurz einmal die Zeit und schaue mal die Dungeons so ein bisschen durch. Was? Was? Ja, wo ist es nicht so einfach? Gut, Südige. Der habe ich erst von ganz Hand nach vorgekommen erklärt. Das war... Der war erst richtig... Tief. Richtig tief. Der war gescheit tief. Ich brauche es nicht. Weil das war nämlich von dem her super. Aber dann kann ich das Denk immer da reinhauen. Wo ich es brauche. Aber dazu muss ich mal schauen, ob es den überhaupt gibt. Als... ...zu findende... Was ist das eigentlich? Das ist ja auch nicht so einfach, Schatz. Was ist das hier? Hallo. Was ist denn? Nein. Hast du gerade Hallo gesagt? Nein. Größer. Ja, doch, doch. Fah. Größer. Wo ist er? Hm. Was schaust? Ich schau gerade jeden Dungeon auf der Karte durch, der so eine Kiste dabei hat. Auf dem Büdel. Was ist das? Das ist ein gelbe? Ja, genau. Der, der so gelbe Kiste dabei hat. Zum schauen. Ob da irgendwo... ...der Aspekt ist, den ich brauche. Wieso hast du die? Ich hab fast überhaupt keine Dungeons mehr da. Ich muss da bissel weiter zuvi scrollen. Ein, zwei, mit Zubi. Ah, ok. Solche. Ja genau, du siehst dann die Aspekte da drunter. Und da, die sind ja die, die du direkt in deiner Bibliothek hast und nicht nur im Inventar drinnen. Die kannst du nämlich dann immer verwenden. Die, die du in deinem Inventar hast, kannst du nur einmal verwenden. Ja genau, da steht ja dann eh dabei, ob dir das als Totenbeschwerer überhaupt irgendetwas bringt. Ja genau, da steht ja dann eh dabei, ob dir das als Totenbeschwerer überhaupt irgendetwas bringt. Und dann ist das, die du in der ersten Generation vier Sekunden lang um 90%. Ich hab aber zu viele Knochenfertigkeiten hast du nicht, oder? Aber du? Ich hab nur eine. Okay. Und das ist die... Der Knochensturm. Ich bin schwer enttäuscht. Entweder ich... Ich hab jetzt schon dreimal drüber geschaut, oder... Ja, ich glaub... So. Jetzt muss ich noch einmal kurz auf... 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 auf dem Bild schauen. Was der für die Waffen haben will. Ja doch, der will genau dieses Ding haben. Der will dieses Aspekt der automativen Schaden, und wo ist der? Ah, fuck. Okay, gut. Passt, hat sich erledigt. Was? Es steht zum Glück... Wenn man lesen kann, steht es direkt nebenbei. Ist nur durch Drops erhältlich. Das heißt, es muss... Es kann nur... Kann nur runterfallen. Okay. Hast du den Schirm... Nein, deinen Schirm musst du nicht drücken. Nein. Nein, ich hab meinen Schirm... Meinen Schirm hab ich nicht geteilt. Aber es tut nie. Das heißt, hab ich dich grad wieder... So. Ja, was machen wir denn? Entscheide du. Noch einmal aussteigen, einsteigen und noch einmal probieren. Weil der Hand ist schon geil. Ja, passt. Sind wir dabei. Okay. Ich verlasse. Ich auch. Es hat so geschaut, wie viel von dir die Materialien du noch besitzt. Was meinst du? Bist du beim... Das nächste Mal, wenn wir jetzt beim Ding stehen... Wow, Alter. Die Hand ist um so viel schneller, das ist voll vieles. Äh... Das nächste Mal, wenn wir beim... Bei dem Dungeon da stehen... Dann schaust du einmal, wie viel Materialien du noch hast. Dann schaust du einmal, wie viel Materialien du noch hast. Bevor du jetzt auf... 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 Okay drückst quasi. Oh mein, der ist schon da. Bei mir lohnt's noch. Wie... Wo... Was für die Materialien? In meinem Inventar, oder was? Nein, nein, nein. Wenn wir jetzt unten... In den Dungeon... Ja... So... Also... Warte mal, du musst mich noch einladen. Ah, Trottel. Gehen wir mal raus. Ja... Trottel so viel. Trottel so viel. Trottel so viel. Oder sonst laden wir jetzt ein. Ich weiß nicht, ob das geht. Sonst brauchst du... Ja, wurscht du es jetzt. Egal. Egal. Hättest du ja noch durchs Deal wieder rausgehen müssen. Der Wendler auch gesagt. Egal. So. Einnehmen. Jetzt. So, jetzt hauen wir sie rein, oder wie? Jetzt hauen wir sie da rein. Nein, gehst du. Dann hauen wir sie da rein. Dann knallen wir sie wieder durch bis zum... Bist du dann zum Spezi-Bärten? Machen wir sie dann fertig? Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Okay. Um das geht's halt. Bevor du dann drauf drückst... Äh... Du drückst ihn dann drauf. Und... Wo drückst du dann? Im Gegner? Nein, nein, nein. Wollen wir jetzt da durch das Deal durchgehen. So. Wir wandern da durch. Ja. Und... Wenn du jetzt dann auf diesen Schreien drauf drückst... Ah. Ja, das meinst. Da siehst du dann... Stopp, genau. Und jetzt siehst du, okay... Eh noch ein paar. Viermal. 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 Maximum, ja. Maximal, ja. Und dann kannst du ihn beschwören, den Freund. Passt auf, los geht's los. Ich bin doch... Ich bin doch... Ich bin doch... Naah. Ich bin doch... Ich bin doch... Ich bin doch... Ich bin doch... Ja, ich bin doch... Nein, ich bin doch... Jäger. Ah, komm. Ja, ich bin doch... Ich bin doch jemanden, den ich mir nicht verstanden habe. Ja, ich bin doch jemanden... Sehr cool, jetzt bin ich mal gespannt. Explosion. Wieso habe ich... Kannst du mal schauen, warum ich jetzt so einen blauen Ring habe? Äh, weil wir irgendwas gekriegt haben. Entweder du hast was oder ich habe irgendwas, das was uns ein Schutzschild gibt. Ausgrüßt. Wurscht schon ausgrüßt sein, wenn es uns geht es nicht. Schau mal. Nein, das ist nicht so gut. Schuhe, Schuhe. 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 Schuhe sind die gut. Schuhe. 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 Exemplumpen. Oh, muah. So, wir werden wieder raus. Machen wir noch mal. Sich sicher. Kurz im Mal schauen wir die. Du hast aber auch zum Schmied beim Baum gehen können. Ja, aber ich habe mir doch wegen dem Sockel bei der Rettung gegangen. Ach so, wegen einer Sockel. Das wäre nicht gegangen. Ach so, so. Passt. Warte, bei mir lande er noch. Lass dich doch nicht vergessen, dass du mich wieder einladenst. Dabei kann ich ja schon mit so einem Baum wandern. Ja, stimmt, weil ich bin ja schon da, du brauchst ja nicht mehr herkommen. Bist du schon rennen? Bist du schon rennen? Ja, ja. Bist du schon da? Bist du schon da? Bist du schon da? Kannst du mich einladen? Jederzeit. Oh nein, nein, nein. Ich bin noch nicht bereit. Ich geh schon mal rein. Du kommst eh schon. Okay. Was hast du für geile Sancen? Ja, wow. Die habe ich gefunden. Ich werde mir die Hand durchstarten. Und da, ha? Gage. Gage los. Los gehts mit den Zeebeln. Oh 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 Uah Wir haben beide Elfmaske engstrennt, dann waren wir wieder einfach. Und raus. Was hab ich jetzt gekriegt? Wieder einen Hürgen, glaube ich. Okay. Kannst du da schon zuvor aufsitzen? Ja. Ja, aber der kann schon wieder dasselbe. Das ist nicht gut. Ach so. Ach so. Ich sollte da auslassen. Er hat drauf geschissen. Einfach klar aussehen. Ich hätte das gemacht. Platz ist eh genug. Wir könnten eigentlich instant weitermachen. Aber ich komm gerade erst wieder rein. Moment, es lädt noch. Ja. So. Jetzt bin ich da. Ja, natürlich nehmen wir das auch. Natürlich. Na. Da gehen wir schon rein. Ganz schön dran. Das Loch hat du gesperrt. Das ist doof. Ich schläft die Kleine schon wieder. Ja. 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 Ich hab's nicht gesperrt. Das, wenn der Bart hat Diablus spielt. Ich glaube auch, der mich spielt spielt. Ja. 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 Da gehe ich dir einen... den Schritt vor. Ja. Aber gleich haben wir einen gurgeligen Kopf hin. Der wird ja viel schneller hin. Ist ja nicht gut, oder? Ja. Ja, weil er sich viel runter lässt. Der ist nicht sicher, wie es dir muss. Schau mal, ich gucke mal rein. Nö, 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 nö. Verlassen das Spiel. Ich muss eben auch schneller sein wie du. Mit Geschicklichkeit und Taktikpunkten. Ja, das Problem ist, du bist trotzdem schneller als ich, obwohl ich vor dir ausgestiegen bin. Rechen wir leider jetzt. Vermutlich. Ich vermute auch. Wir rechnen jetzt schon ein paar Jahre alt. Aber bist du schon wieder da? Ja, sicher. Wo ist er da, Werner? Achso, ich bin schon. Ist das gut? Ah, weißt du, ich komm schon. Ich möchte klettern aus, ja. Jawohl, ja. Okay, schon los. Ich brauche mehr Zeit. Oh, Kies. Achso, gehen wir rechts. Ja, gut. Egal. Jetzt rassle ich mich. Rassle. Rassle. Das letzte Mal, ey. Ja. Ich steppe. Es geht ja eh. Wahnsinn, hey. Es geht verdammt schnell. Ja, haben wir ihn richtig erwischt? Hätte ich gesagt. Irgendwas dabei, was... Uh, was ist denn das? Ring der Seele, du Sackchen. Legs. Oh, was ist denn das? Ring der Seele, du Sackchen. Folgende ausgerüsteten Fertigkeiten werden für Leichen in eurer Umgebung automatisch aktiviert. Oh, geil. Hast du das geiles gesagt? Ich glaube, ja. Schauen wir mal. Ich habe einen reingekriegt, der... ...gewisse Sachen automatisch... ...ausführt. Leichenexplosion, Leichenranken. Aber ich muss die Fertigkeiten ausgerüstet haben. Das heißt, ich muss sie im Ding drinnen haben, aber... ...ich muss nichts mehr drücken. Zumindest so... ...die Fertigkeiten ausgerüstet haben. Das ist super cool. Wie schaut der aus? Ja, rein. So, wie zeiget ihr das jetzt am Gescheitern? I don't know. Ich mache einen Screenshot. Und du dann einen Chat rein. Einfachste Lösung, ja. So. Stand rein. So, ich gehe gerne in den nächsten Stort. Ah. Cool. Aha. Das kann auch schon was, gell? Mhm. Aha. Werd schlecht. Werd schlecht. Werd schlecht. Mhm. Mhm. Na, komm. Jetzt brauche ich denn nur mal... ...diese eine... ...diese eine Fertigkeit. Moment. Oh, steuner. Steuner, Johnny. Okay. Es besteht eine Chance von... ...birgenden zwei Sekunden lang einzufrieren. Ja, probier den Handschuh einmal aus. Probieren. Mhm. Warte, aber ich schieße jetzt die, die was Glückstreffer ist oder die, die... Nein, die mit dem... ...we müssen veräßen. Ja, ey. Glückstreffer, ja. Das ist ja die, die was gerade... ...die was gerade ausgerüstet hast. Aha. Sicher, dann kannst du dann wieder zurück... Ja. ...zurück gehen, süß. Da war noch einer. Ah, ist das selbe. Ich kann das zerteilen. Schade, dass du... Au, uh. Hm. In 49 Minuten haben wir einen Weltbus. Kann man schnappen. Den schnappen uns noch, ja. Ich hätte es gesagt, wir... ...in 51 Minuten. Wo haben wir einen... ...n... ...nur Kopfgeld, was nicht in 10 Minuten gar ist. 35 Minuten. Wo bist du unterwegs? In der City. In der City. Ah, da bin ich auch. Das ist ja noch ungefähr gut, oder? Nein, du bist in der... Nein, du bist in der selben City. Selben City, hä. So, ich will. Ich will. Was will ich denn? Ich hätte... Ich weiß nicht, ob du einen Nogel siehst von mir. Äh... Jo... Jo... Ein Köller. Ja, genau. Ich hätte es gleich da... ...mit der Aufwand teleportiert. Das ist quasi ernst drüber, ja. Passt. Dann den Köller gemacht. Und dann hätte ich mich auf dem Weg zum... ...Weltbus gemacht. Und dann noch eine kurze Frischluftpause... ...hätte ich angeschlagen. Und dann hätte mir... Dann geht sich das, glaube ich, alles schön aus. Ja, da haben wir noch mehr Zeit rüber, glaube ich. Ja, ich glaube auch. Darum sage ich aber auch gar... ... mit einem niedlichen Köller am Zahn. Mit einem niedlichen Köller. Äh... Ich meine... Wie ist er denn da? Das kann ich... Wo ist Zett? Wo ist Zett? Wah! Sein freaking Drowned. Warum tust du sowas? Hups! Achso! Ja, perfekt. Ich geh sie mit dem Pferd nicht aus, ne? Ich bin noch nicht bereit. Ne, nee. In den Köller. Ja, gut, auch wieder. Wah! Wir sind gleich Kollegen. Okay, das war's. Weißt du, das war's schon. Kannst du jetzt nochmal machen? Ja, bitte. Ach, geht eh noch rein. Das war's immer da. Da haben wir jetzt gerade irgendwas gekriegt. Ich weiß auch nicht, was das war. Ah! Denkst hab ich gekriegt. Mit einem Haxen. Was ist ein Haxen? Das... 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 Nein, ich hab gesagt, ich würd wissen gleich mal zum Wirt, bloß, hätt ich gesagt, hätt ich. Schau. Ja, weiß nicht, hättest du noch was anderes? Wollt denn der überhaupt, warte mal. Da rechts, rechts in der Mitte. Rechts, rechts, rechts. Ja, genau. Ja, das ist schon noch lang, he. Ja, was gibt's da noch? Was ist denn das? In 17 Minuten gar das schaffen wir nicht mehr. Da unten glaubt's noch einen Köller, ganz im Süden. Mittig südlich. Nein, der da. Da, ich hab glaub ich grad einen Nogel reingekommen. Ja. Das ist mir da noch hin. Da kommt vielleicht auch was. Na komm. Geht er jetzt ein? Der Diablo. Das war nix. Hm. Nicht schon wieder, nicht so kurz vor dem Wirtbus. Das kann ich hier nicht tun. Das kann ich hier nicht tun. Stopp's gleich bei dir, du is. Der Bödel. Alles am eh schon da. Bist du schon drin? Hm. Na, ich geh jetzt rein. Ich hab noch bissl draufgehauen auf die Leute da draußen. Guter Haustier. Was ist hier da? Ich gh Anita. Geht! Okay là 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 c'est obligé pour je t'ai oh eine welche kommt noch gabriehobe ist abgesammelt na da liegt noch gut ja nein lauter scheiße super haben nur 42 minuten wir können einmal wissen also ja dann hätte ich gesagt teleportieren zu dem teleporter über über überm weltbos ok passt dann funktioniert es gut das hat mir zuerst schon gedacht hat mir zuerst schon gehört beim ersten mal pause machen ja hast du es auch im knopf auf der seite drauf auf der schieber ja na passt perfekt dann bist du gleich auf 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ich hab das nur code aus diesem baum kommt nur code hast du was dabei gehabt ich kann es reparieren ich bin heute mit meinem auto gefahren ja ja und wie fühlst du es ja sehr gut wieder jetzt ist es jetzt fertig oder was ja komplett super zug von adi nie wieder zug von google in der kopf herren also ist das eh meine beutetruhe das ist deine ja ich denke mir es gerade wieso ist da google in der kopf drin also vielleicht hast du mal platz gebracht und hast den reingekommen oder hast du nicht gewusst was du mit da sitzt aber ich habe generell nicht gewusst was ich da sieht ich hätte eine bebende hand ich glaube das heißt wir können da schon deine wir können wir müssen beenden noch mal oder ja stimmt wie lange haben wir noch zeit ja das geht sich sicher noch was wir haben und hauen ins feierling außerdem bin ich schon wieder am retourweg nein ich noch nicht schneller so jetzt bin ich wieder am retourweg ja komm gleich gleich so weit gleich 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 also theoretisch war ich schon da so jetzt noch mal jetzt jetzt ist das überhaupt das sind die leute in der umgebung oder was ja genau so ich würde schon da stehen bei der tür ja warte ich auch gerade wer da so in der umgebung ist du willst mich dazu holen oder was dann gehst du eh da ja aber vorher style haben wir denselben grau und rot ja schön gell ja schön schlicht und super schlicht gehen wir mal längs ok also eh wurscht ist weiss wurscht ist weiss wurscht ist wir sind auch nicht bereit so schauen wir mal ob das was bringt jetzt ob wir da ist dann nicht kommen oder nicht bist du da ja 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 jetzt ach ja los ja kommt rein das ist mir dort aber lang ja 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 ob schutz nein ich hab's gar gesehen ja wieder wieder nix hm den hab ich jetzt schon ein paar mal gekriegt ok hm na warte mal ich glaub den fähne die sogar ok ok aber wieso ist der von der restung her so viel schlechter schau mal wie jetzt dem was ich gekriegt hab na der ist eh besser na na aber in der röstungsbank der denk fällt er viel ab oder so weiss du musst vergleichen mit die werte was deiner sonst noch hat außer das was um steht das ich meine ja du hast plus 18 du hast da plus 18 alle werte noch dann hast du plus 18 die gesamte rüstung widerstand gemäde werden schon in den schatten also das hat der andere alles nicht dafür macht der andere mehr schaden hm hm nein 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 so wie viel haben wir jetzt noch 24 minuten nicht schlecht nicht schlecht so was haben wir noch was heißt denn du finde werte jetzt das ist eigentlich gar nicht so dass du denn nach nach Da bin ich noch bei 180. Und Stärke? 169. Ja wie gesagt, Totenbeschwerer brauchst Intelligenz. Vor allem Intelligenz. Ich brauche mehr Zeit. Schau mal auf hier. Ja, hätte ich auch gesagt. So, wo ist jetzt? Da ist er. Und du siehst mal an, hätte ich gesagt. Da hat es noch ein bisschen... ein bisschen Scham, dass deine Sachen, die solche Werte haben. Aber da bist du schnell. Komm mal an. So, dann wollen wir noch mal rechnen. Ich wurde von den Besten ausgebildet. Wie kann ich helfen? Die müssen schnell zerlegen. Hier, bitte. Alles, alles fein. Ich reite mal voraus. Ja. Bittiger. Ein lohender Tausch. Das kann ich hier nicht tun. Da kommt's dran, hör' da. Hm? Ah, ich habe einen Goblin. Schatz Goblin da. Ich habe den Heavy Lift auch mal gesehen, habe ich aber nicht den Fang. Was ist denn da rein? Nein. Jetzt, ich habe ihn da rein. Wirklich? Aha, da wo ich stehe, müssen wir noch auf dem Zeig liegen. Da hinten ist auch noch was. Cool. Was ist denn da? Was liegt denn da so viel Zeig? Oh, da ist ein grosser, fetter Gegner. Hm? Da ist ein grosser, fetter Gegner. Wie ist das? Ah, der? Na, den habe ich schon mal gemacht. Ein Spinscher. Ja, der ist nämlich nicht der ohne, was du siehst. Der Harz wird zumindest ein deppertem Beil da. Oder was das auch immer ist. Das ist ein halter Armand, ja. Das ist ein halter Armand. Ich bin auch nicht bereit. Was? 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 Ja, das ist ein Schmerz. Das war die Hand. Aber das war die Schmerz. ich steppte den Knopf Boah 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 die Bomben müssen halt Zaubertrank sammeln also Zaubertrank, ich sag halt Zaubertrank, Geldrein boah, jetzt bin ich auch gestorben was ist denn alles ja weiss ist der Gebeig Jawoll. So. Der Gerät. So, ich reite jetzt runter. Ja. Und dann teleportiere mich kurz noch ins Staat. Kurz reparieren. Das tut zwar nicht gestürmt. Das ist nicht so lustig. Was haben wir? Ah ja. Der Kollege. Das ist dein Glaube. Der Mengen Gold. Was darf es sein? Oh, eh noch 56.000. Nix, nix. Ist da nix zu nachfrösten oder irgendwas? Nö. Warte mal auf den Wildbus. Oh, ne. Oh, weh, weh, weh. So. Jetzt wird's dann eh. Jetzt wird's dann eh gut. Bist du da müde? Ich bin da müde, ja. Ich bin da müde, ja. Oh. 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 Okay, ich bin da müde. da ist nur so lang 14 minuten da war nur köler neben der tourhalle kann man durchreißen ich war mit zur tourhalle ja bin fast schon dort ja überschändigt nicht das aber müssen daraus sicher Ich brauche mehr Zeit. Jetzt muss man ruhig zuerst gerne, oder was? Ja. Das geht nicht anders. Sorry. Du reitest schon aus, nochmal. Ja, ich habe es gar nicht auf den Karten geschaut. Wo ist denn der schon aus? Ah, Tora. Okay. Ja. Nuck ist 20. Ich habe es gar nicht geschaut. Du reitest schon aus, Nami. Kann man auch nicht mehr. Ja. Weil ich kann. Ich habe eine Chance. Ah, sie nehmen nicht, sie schauen, hierzu. Ah ... Das war's. Das war's. Jawohl, ich hab alles eingeschafft noch. Wahrscheinlich zwei Minuten vergangen. Wahrscheinlich. Ich sag in etwa 11 Minuten irgendwas. Dann ein paar Gegner. Ich hab mich verabschiedet. Schöne Wettbewerde, wer gierig ist. Sammelst du alles auf jeden Cent. Ja, du hast beschwert, dass ich alles liegen lasse. Du hast beschwert, dass ich alles aufsammelte. Habe ich mich beschwert, dass du alles liegen lasst? Ja. Hast du das einmal so angehört? Nein, du hast es sogar gesagt am Anfang. Okay, ich wurde gerade von dem Dritten bestätigt, dass ich das sage. Also, es ist gesagt, top. Ja. Ja. Super. Alle wenden sich gegen mich. Ja. Ja. Schaut sich an so einen Stream oder was? Ich brauche Zeit, um das zu tun. Es sind aber wieder weniger Leute da, als das erste Mal, wie wir da waren. Ja, die werden sich an und denken, machen wir es dazwischen. Ja, aber die in eineinhalb Minuten, die werden es so schnell vergehen. Wir sind ja nicht in der Arbeit, da geht es eh schneller. Ja, okay. Ach Gott. Was? Ach Gott. Wir sind ja nicht in der Arbeit. Ah. Ah, weh ja. Jetzt würde ich dir noch irgendwas Tolles fallen lassen und dann passt das. Wahrscheinlich geht die Kisten wieder nicht bei dir. Wenn ich stirbe, genau wenn es runterfällt, könnte es sein, ja. Das kannst du ja relativ gut. Das ist ja relativ gut, das ist erst zweimal passiert. Äh, wie oft haben wir den Weltbus gemacht? Dreimal. Okay, dann lass es mich so formulieren. Das ist erst zweimal passiert, seitdem ich Diablo 4 habe. Und das zweimal ist mit dir passiert. Also ich weiß nicht, ob... Ja, schon wieder gegen mich. Schon wieder? Ständig. Ja. Jetzt ist er. Immer auf die Schwachen, gell? Fredl, wo? Jetzt probier ich mal was. Achso, ja. Kann ich ihm nicht markieren. Achso, wie heißt der? Äh... Er fahren Fredl oder irgendwie so. Moment einmal. Moment. Was ist da auf dem Handy dein Zubel? Fredl, Fredl unterstrich 6. Pass auf. Fredl unterstrich 6. Ist er das? Shit. Was soll man da machen? Ed, Fredl, auf der drich 6, ne? Ist da. Ich glaube, dass das nicht geht. Komm, ich bin zu spät. Hey, der Werner spielt. Amen. Hey, du hast den Zuschauer mehr gekriegt. Es sind zu zweit. Jesu, ich hätte es nicht gesehen, dass du was geschrieben hast. Sicher. Vielleicht bin ich jetzt gerade hergestiegen und du hast schon Druck gehabt, bevor ich da war. Nein, dann müssen Sie es trotzdem sehen. Ah, okay. Ihr sucht nämlich im Chat nur willkommen im Chat. Mein Chat. Da steht. Achso, vielleicht weil es mit... Warte, dann probiere es nochmal. Ich glaube, ich kann nämlich nicht Leute markieren, die... die, 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 die im Chat sind. Siehst du es jetzt? Werner, add fredi-6. Sehr genau, jetzt ziehe ich es. Wo? Freddy, wo? 5 Minuten, 5,5 Minuten hat er noch. Nie war ich jetzt da. Ah, jetzt kommt sie bei der Führungsbank, du kannst es ja ausgleichen, dass ich nur eine Bargainbank kriege, das war optimal. Hallo. Nein, es ist ja keine andere Menüoption, die man irgendwann markieren könnte. Ist ja wieder 2 Stunden. 2 Stunden 4, Ob Stream Start. Das heißt, 2,5 Stunden oder was? Ja. Aha. Nicht schlecht. Grüße. Grüße. Sehen. Die Ehrenfeinde geil. Was? Schaut zu mir auf. Na warte mal. Probier grad was. Kannst du das grad optimieren oder was? Ich schau, wie die Änderungen speichern. Ja. Das weiß ich zu schätzen. Da ist ja her. Danke. Okay. Wow, was ist denn das? Was ist denn das? Das kriegst du, wenn du 100 Euro für das Spiel hast. Ich hab mir schon fast gedacht. Das ist irgend so ein Starter-Super-Ultimate-Edition-Wahnsinns-Gerätl-Teil, was du kriegst. Und ich glaube, was hab ich noch gekriegt? Das habe ich bei der letzten oder vorletzten Season gekriegt. Eure Knochen verraten euch. Bald dienen sie mir. Eure Knochen verraten euch. Bald dienen sie mir. Das ist keuer. Ja, genau. Eure Knochen verraten euch. Bald dienen sie mir. Lebt wohl. Tut mir leid. Lebt wohl. Das wird euer letzter dummer Fehler sein. Ja, ja, ja. Jetzt fangen alle an da ran, Madame. Ich fliege noch ran. Wiedersehen. Haha, ich fliege noch ran. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Nichts dir wohl. So, jetzt starten sie drüber. Sehr gut. Nur zwei Minuten. Das geht eh schnell vorbei. Jetzt sind wir da noch verspotten. Eigentlich, mit dem was du alles hast, kannst du eigentlich eh alles reinziehen. Die, die nicht zugewiesen sind, die sind noch nicht in dem Roll drinnen. Ja. Alles andere hast du schon irgendwo. Nein, jetzt habe ich gespeichert. Nein, nein, nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Was ist das? Eskalieren. Ich denke, wir sind gerade. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ohne und halb Minuten hast du noch. Als Feind markieren, warum geht das nicht? Weil du da im PvP-Bereich sein musst. Weil du da im PvP-Bereich sein musst. Da gibt es zwei so rote Bereiche auf der Karte, die jetzt nicht helltight, also nicht Höllenflut sind. Da kannst du dann gegen andere Spieler spielen. Wenn du da Glück hast, da wirst du Schwächere nicht, wenn du Pech hast, hierbst. Dauernd. Immer. Okay. Du bist auch da im Chat. Ja. Du hast schon 43 Nachrichten verfasst. Ja, weil ich da am Anfang so viele Informationen schriftlich gemacht habe. Die kann man noch einmal alle anschauen. Bete ein Nein, 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 nein. Ja. Jetzt geht's gleich los. Jetzt geht's los. Oder so. Oder so. So, gleich kam das aus seiner Lücke. Haben wir den schon mal gemacht? Ja, oder? Nein, ich noch nicht. Ich hab definitiv schon gemacht. Ja, es hört mich nicht einmal so gut. War's nicht so cool oder nicht so gut? Nicht einmal so cool. Achtung. Ich muss dann aufpassen, die ganzen Zoppen, die da rauskommen, die kannst irgendwann einmal richtig schirr zerreissen. So wie jetzt. Okay. Wenn die Täter wischen, ist das so fast ein Instant-Key. Oh, sein Hammer hat mich instant erwischt. Wo bist du? Ja, unter dem Hammer war ich gerade. Okay. Also hat dich schon weggeholt wieder? Nein, ich war nicht hier, aber... Achso. Ich hab mich gut erwischt, gell. Nein. Ja, ich hab's nicht aufpassen. Oh, nein. Waaah. Nein. 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 gut Was ist das? Ja, das ist weg. We stuck them there. Ah, das ist gut. Das ist gut. Wir twippen. Wo ist die Truhe? Ah, sicher, den haben wir schon mal gemacht. Das müssen wir nämlich auf die Truhe da nebenbei noch hier haben. Ah, habe ich schon mal gemacht. Passt. Da fällt nämlich auch immer was raus. Aha, warum wir wenigstens vereist. Ja, ist eigentlich besser gegangen, als was man gedacht hat. Ich bin kein einziges mehr gestorben. Ich auch nicht. Nämlich. Schau mal, was da der Hals ist. Ich gehe mal in die Stadt zurück. Hauptstadt. Zack. Habe ich alles eingesammelt? Ja. Eingesammelt. Hört gut aus. Ja, das ist eh gut gerannt. Ja. Hm, hätt ich gesagt. Kann man nicht beschweren. Was ist jetzt? Wieso kann man nicht reitieren? Ich bin ja dreimal getrockt. Ja, heute lagts ein bisschen schon wieder. Ja, ein bisschen. Schon kommt mir vor. So. Was war der sendloses Bedeutung dabei? Mein Gott. Ah. Für was... Nein. Nein. Meine Last ist zu groß. Naja, ich bin nicht so begeistert und du? Naja, auch nicht. Wie Material ist es wieder, aber sonst? Ja, scheidenes Material. Naja, ich muss sagen, da war bei dem neben einem Baum mehr dabei. Naja, mehr Interessantes zumindest. Ja, Schamid. Ja, ich glaube, das kann ich alles so einfach verschrotten. Jo, jetzt haben wir nicht viel dabei. Ah, gib mir mal wieder. Uh, ich hab einen Fehler gemacht. Wieso? Jo. Ja. Hast du jetzt was verschrottert, was du brauchst, oder was? Nein, ich hab unabsichtliches Waffentasch da verschlechterne. Man wollte schon verschrotten. Ja, das war jetzt ganz leicht ein bisschen in die Hosen gegangen. Das, ja. Ja. Geht irgendwann, wo sind da so viele, so viele Saphirstörner drin. Oder was, dann wegrennen. Jo. Ja. Ja. Smaragd. Entschuldige. Smaragd. Smaragd. Ja. Was tust du da heran? Ich werde bei der Kisten stehen und schauen was ich da drin hab. 20 Millionen. Ah ja, ich bin auch schon bei 18. Wie ist denn diese, wie ist denn das zu betrachten? Ich hab keine Ahnung, ich hab mich ganz anders mit dem nicht beschäftigt. Es ist so zu betrachten, dass du schaust, was für Sachen, was Schaden macht oder halt auch nicht. Und das tust du dann rein. Genau. Fehlende Leitstein. Das kann ich nicht. Die Leitsteine sind die Großen oben. Also der Große links unten und der Große rechts oben. Das sind die Leitsteine. Ach so, brauche ich da einen. Genau. Steine. Und das unten. Die ganzen Kleinen sind diese Abstimmungssteine. Ja. Uh, da muss ich mich einmal durchlesen. Ja. Mhm. In Ruhe quasi. Ja. Oh, ich hab nicht einmal den Perlgang gemacht, was schlimm ist. Ich vermöf' ich halt nur, glaub' ich, noch ein bisserl was. Dann wär ich 67, 60. Jetzt fühl's nicht mehr. Mhm. Ich brauch mir Zeit. Wo ist denn? Ja, ruhig aus. Ich bin jetzt 57. Sehr gut. Geht eh daheim. Ja eh. Ob ich wehder, dass du aufbekommst, könnte man füllen. Ich bin auch nicht bereit. Das geht immer langsamer, ja. Das geht immer langsamer, ja. Was ist denn das? Welche Stufenstatue? Ja, genau. Da kommst du auf die nächste. Aber das geht noch nicht, weil es noch nicht freigeschüttet ist. Ja, das ist... Ja, da, oder? Warte mal. Ja, da geht ein Gold rein, ja. Der Zerfall nicht. Ja, die Menchlebe ist 57, so wie du schon bist. Probiert. Das ist das Gräber in Arsch gegangen. Jetzt glaub' ich dir sogar, ja. Jetzt glaub' ich dir sogar sehr sofort. Ja, ja, so. Ich glaub' das war's für mich. Ja, für mich auch. Okay. Dank und Anerkennung. Ebenso. Ich wünsch' dir noch eine angenehme Nacht. Ruhe. Ja, dankeschön. Ebenfalls. Dankeschön. Ebenfalls. Bis zum nächsten Mal. Ja, was? Ja, was? Ja, was? Ja, was? Ja, was? Ja, was? Ja. Ja, ja. Ja, was? Ja, was? Ja, was? Ja, was? Ja. Amen. Ich hoffe, es wird einfach cool. Gelle. 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 Steiged. I didn't have the right account. Oh wait. It worked, I think. Huge? Nice. $30, like, this right here, you see this? Dead instantly. Ground fire! Grenade out! Wait. Wait that's... That's huge, Jacob. der stream ist hier in deutsch